Mein Name ist Kerem Taski, ich bin der Geschäftsführer und Inhaber von Euland-Wieniger Schweiz und auch auf dieser Filiale Deutsch-Bern im Westzeit. Ich interessiere mich sehr für die Architektur und für geometrische Formen. In Westzeit ist mir eigentlich recht ins Herz gewachsen in dieser Hinsicht. Ich kann von morgen um 9 Uhr bis um 8 Uhr eigentlich ein Tagserlebnis haben. Man kann am Morgen sehr gutes Mörgelchen in der Bäckerei und dann mal am Nachmittag gemütlich ins Bad ein und dann auch in das Kino. Das finde ich so ein einzigartiges im Westzeit, wo ich eigentlich allen anderen Standorten, wo ich in der Schweiz bin, nicht so vergleichbar habe. Und ich bin froh, dass wir wirklich auch einen innovativen Ort, auch sehr familiären Ort eigentlich im Grunde genommen, das Geschäft auch aufmachen durften. Für das Westzeit wünsche ich mir eigentlich im Grunde genommen, dass es so bleibt, wie es ist. Und zwar kreativ, vielseitig, familiär und dass es noch weitere 10 Jahre so weitergeht auf jeden Fall. Merci vielmal, tschau zusammen und hopflich bis bald.